Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Hochwasser in Kasachstan und Russland. Pegelstand steigt weiter an. Hochwasserkatastrophe. Pegelstand nimmt in Kasachstan und Russland zu. Hochwasserkatastrophe. Pegelstand nimmt in Kasachstan und Russland zu. In den letzten Tagen musste die Region Kasachstan und Russland mit Überschwemmungen fertig werden, die durch anhaltende starke Regenfälle und die daraus resultierende Erhöhung des Pegelstands verursacht wurden. Die Situation ist so ernst, dass sie als Hochwasserkatastrophe eingestuft wurde. Die meisten Städte und Dörfer an den Ufern der Flüsse in Kasachstan und Russland sind am stärksten betroffen. Fast alle Flüsse in den beiden Ländern haben in den letzten Tagen die Gefahrenpegel überschritten und es wird erwartet, dass der Pegelstand in den nächsten Tagen weiter steigt. Die Behörden in beiden Ländern haben Notfallmaßnahmen ergriffen, um die Bewohner in den gefährdeten Gebieten zu retten und vor den steigenden Wassermassen zu schützen. Rettungsfahrzeuge, Boote und Hubschrauber wurden eingesetzt, um Menschen in Sicherheit zu bringen. Und Notunterkünfte wurden eingerichtet, um den Betroffenen Unterkunft zu bieten. Die Erhöhung des Pegelstands hat auch erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen. Viele landwirtschaftliche Gebiete wurden überschwemmt, was wahrscheinlich zu erheblichen Ernteausfällen führen wird. Darüber hinaus wurden Infrastrukturen wie Straßen, Brücken und Stromnetze schwer beschädigt. Experten gehen davon aus, dass das Hochwasser durch den Klimawandel verursacht wird. In den letzten Jahren hat sich das Wetter in Kasachstan und Russland stark verändert, mit längeren und intensiveren Regenzeiten, die zu solchen Überschwemmungsszenarien führen. Quellen, Weltorganisation für Meteorologie, Nationales Zentrum für Katastrophenmanagement in Russland und Kasachstan. Wissenschaftliche Studien über Klimawandel und seine Auswirkungen. Autorin Anita Farke, Mittwoch, 10. April 24. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.